Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Suck of the Forest allein mit der Fanny. Guck mal, meine Falle hier, die Alarmfalle, die ist losgegangen. Boah, ist der Typ blöde. Äh, ja. Dagegen hauen nützt nichts, mein Freund. Okay, der brennt erstmal ab. Sehr gut, ja. Oder auch nicht. Oder doch. Okay. Ja, so. So, ähm, ich, ich, ich muss mal hier mal ein bisschen jetzt hier aufräumen, ne? Das, das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm. Ja, komm, wir nehmen mal die Anbrust. Ja, ja. Ach, der lebt noch? Du bist so selten neben. So. Au. 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 Oh, nur Momento. Hier geht die Post ab, Leute. Au, jetzt bin ich runtergefallen. Ach, Mann, ich bin dosig. Ich wollte eigentlich... Oh, ah, das Spiel, das Spiel leckt. Na, komm. Ja. So, zischt, zischt, genau, zischt mal. Ja. So, genau, schön brennen. Du auch. Wow. Alles klar, alles klar. So, ich bin aber voll mit meiner Rüstung, ne? Ähm. Ja, ich hab sie noch im Rucksack. Ich kann die jetzt nicht einsammeln, aber es ist jetzt auch nicht weiter wild. Wow. Und das zum Start einer Folge. Nicht schlecht. So, Virgie, was ist denn jetzt hier mit dir passiert? Komm, ich helfe dir mal. Unfassbar, dass ich eine Rüstung liegen lasse, ne? So, muss ich die jetzt auch nochmal aktivieren? Wahrscheinlich. Ja, muss ich. Okay. Alles klar. So. Ich wollte eigentlich Calvin zum Stöcke sammeln anheuern, aber... Was ist denn der Schnürsel jetzt schon wieder hingerannt? Ich habe keine Ahnung. Egal. Gut. Pass mal auf. Folgendes. Aber ich finde das voll gut, dass das Tor jetzt so eine Töne macht. Also, ne? So, lass uns mal zu trinken besorgen. Ah, mir geht der Winter jetzt mittlerweile wieder so auf den Sack. Also, irgendwie reicht es jetzt auch langsam. Mit dem... Ähm... Mit dem ganzen Schnee und so. Ja, Fische sind hier natürlich nicht drin. Ist ganz klar. So, äh... Topf. Ich sagte top. Das Spiel hängt. Aha. Da ist es jetzt. Okay. So, dann werde ich mal meine Taucherrüsten ausziehen. Ja, ich weiß. Ich habe sie an. Und dass ich sie nicht ausgezogen habe. Das sind mir manchmal zu viele... Habe ich die jetzt abgelegt? Oder ist es... Ja, habe ich. Okay. Wunderbar. Ja, ich weiß. Ich bin durstig. Habe ich jetzt noch... Wartet mal. Ja, da schmutziges Wasser drin. Okay. Gut, gut. So, ich habe doch jetzt... Habe ich jetzt was im Topf drin? Ich hoffe doch. Nicht, dass jetzt das Spiel so geleckt hat. Ja. Okay, wunderbar. So, dann pack die mal weg. So. Na. sehr gut angekommen was man nicht alles macht wenn man Durst hat man reißt sie von A nach B ach so der ist ja immer noch da du bist ja immer noch da ach so wartet mal genau ich muss ja erstmal noch nachladen nein das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen guck mal kaum habe ich nachgeladen ne schon haut der ab ich hab doch hier irgendwo mein da komm das hat nicht funktioniert jetzt hab ich mich wegen meiner goldenen Russen gerade erschrocken könnt ihr euch das vorstellen guck mal die Musik aus ist ja schrecklich Calvin Calvin du müsstest mal bitte meine Pfeile suchen lass es dir schmecken mein Freund äh hole ach so habe ich gar kein äh ich hatte doch okay ich sag dazu nichts mehr äh hole Stöcke und Behälter füllen bitte kriegst du das hin aha da bin ich mir nicht so sicher mein Freund da bin ich mir irgendwie nicht so sicher so wo sind denn jetzt die Beine möchte mal gern Kämpfer ha ha ok ja das scheint er jetzt hinzukriegen mit den Stöcken gut ich geh jetzt erstmal hier mein Wasser abkochen oh Virginia du ist ach ja lasst es euch schmecken lasst es euch schmecken ich sag dazu nichts mehr so dann erstmal hier zumachen so ein Stock habe ich ja noch in der Tasche dann kannst du mal da rein hauen sehr gut ach so ich brauche noch so ein so ein Stamm so ein Holzscheit Dingens warte mal ich habe doch hier ein paar nimm ihn dir genau so damit ich es wieder mollig warm hier in meinem Haus habe genau pack es mal da rein perfekto äh genau dann kocht ihr mal das Wasser ab achso nee wartet kann ich das ach scheiße jetzt geht es nicht ne ach egal sonst hätte ich mir eine schöne Suppe gemacht sonst hätte ich mir eine schöne Suppe gemacht ne ich kann leider nichts ausfüllen außer jetzt die Blätter und so ja ist egal so dann in ein paar Tagen gibt es auch wieder ein neues Update ich bin gespannt ich hoffe es kommen ein paar Möbelstücke dazu das wäre so cool ein Fernseher und so ach keine Ahnung und ich hätte tatsächlich noch gerne ein paar Kisten wisst ihr also nicht nur diese Regale zum Lagern sondern auch Kisten das wäre auch richtig cool kannst du mal schneller kochen ich bin am verdursten aha fertig man muss nur ein bisschen meckern so perfekt so da ich ja sowieso erstmal hier zu Hause bleibe werde ich den Topf auch erstmal zu Hause lassen auf meinem Herd sehr gut ok so dann würde ich sagen schnappe ich mir mal ein bisschen Holz ach das ist ne Quatsch nein 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 meinen Zaun mache ich noch ich muss auf jeden Fall bevor ich meinen Zaun weitermache gibt es hier nämlich ein arges Problem ach shit jetzt weiß ich aber nicht welcher Abstand nicht stimmt ich glaube da vorne hier vorne habe ich nämlich einen Fehler gemacht ja genau hier guck mal ich muss die nämlich anders setzen weil ich da Fehler gemacht habe genau so so irgendwie hat sich das hier nicht so richtig hingestellt wie sollte sonst kann ich hier nämlich nicht weiter bauen so 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 ich weiß auch nicht wie das passieren konnte keine Ahnung zumal das ja immer so schön angezeigt wird so ja ja es ist natürlich eine stupide Arbeit hier aber das muss ja gemacht werden ja das kann man ja leider nur dann machen wenn ähm wenn hier auch Eis auf dem See ist so so genau so das da ich muss nur aufpassen dass ich hier nicht angegriffen werde das wurde nämlich das wurde ich nämlich in der Vergangenheit sehr gerne so und einmal da hin und einmal da hin so okay gleich haben wir es geschafft beziehungsweise muss ich wahrscheinlich noch ein paar Stämme holen weil hier das dann irgendwie wieder nicht ausreichen wird а hier so kommen jetzt hier 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 ich Und einmal noch hier hin. So, das ist ja hier die Brücke, die eigentlich von rechts nach links führen soll. Allerdings kriege ich hier auch einiges nicht gebacken. Irgendwie stimmt es hier auch nicht so richtig. Da muss ich mir echt noch was überlegen, aber ich muss ja sowieso erstmal die Brücke hier auf die Kette kriegen. Das wird noch dauern. Das wird echt noch dauern. Aber mir ist kalt, ne? Schon wieder. Ja, ich weiß. Nein, nicht dein Speer. Nun, nimm doch mal dein blödes Ding ins. Dein Rucksack, meine ich. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. So. Ich müsste eigentlich noch Holz hacken. Ähm, ja. Ich müsste so viel, ne? So, dann bauen wir uns erstmal da hin. Genau. Vielleicht schaffe ich das ja mal offscreen so ein bisschen voranzutreiben. Ich könnte natürlich auch mit Mods arbeiten. Ähm, dass ich dann sozusagen dieses, na was heißt mit Mods, stimmt nicht ganz, ähm, mit der Konsole arbeite. Äh, dass ich sage, äh, unendlich Stämme oder sowas. Und ich dann ständig Stämme in der Hand habe, die also nie leer werden und ich dann bauen kann ohne Ende. Aber, ganz ehrlich, das ist für mich irgendwie, ne? Ich, gerade das ist ja die Schwierigkeit. Ja, das, ähm, tatsächlich immer wieder holen zu müssen. Ich weiß nicht. Calvin, äh, machst du Pause? Sind die Stöcke voll, oder? Wie sieht's aus? Äh, oh. Ja, das war zu viel. Ach komm, ich lass die Tür jetzt offen. Ne, ich lass die nicht offen. Ich lass die nicht offen. Besser nicht. Ach, und da schneit und schneit und schneit. So, dann setz die mal erstmal da hin. So, dann nimmst du dir den da und packst ihn da hin. Sehr gut. So, und ich glaube, Calvin sammelt noch weiter. Das ist sehr gut. Weil ich brauch die auch schließlich für meinen Zaun. Okay, was ist das, das? Da sind noch zwei. Die nehm ich mir erstmal. Vielleicht wäre das sinnvoller, das jetzt auch mit dem Wagen zu machen. Aber die sind jetzt voller Steine, glaube ich. So, dann pack das mal da hin. Oder, oder ich fälle mal hier kurz einen Baum. Das wäre auch eine Idee. Dann fälle ich mal den Baum, und zwar mit meiner ganz tollen Kettensäge. Naja, okay, das war wieder nix. Dann fälle ich mal den Baum, und zwar mit dem 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 Baum. Hä, so mit dem Baum, und zwar mit dem Baum. Jetzt ist immer gut, wie da so rumbrüllt. Weil ja alles immer so ganz tolle anstrengend ist. so dann nehmen wir noch diese hier so einmal das und hier rein genau da denkt man wunder wie weit man schon hier irgendwie ist aber eigentlich ist es noch gar nicht weit ne unglaublich eigentlich unglaublich so kettensäge so bloß ich hier meinen schönen seilrutschen ankerpunkt hier kaputt machen ach so okay ich dachte gerade das wären stöcke oder so da werde ich noch diese hier verbauen und dann muss ich leider auch schon wieder die folge beenden aber es ist echt mal wieder angenehm zu bauen ja dann würde ich sagen meine lieben bedanke ich mich auf jeden fall fürs zu sehen wir hatten heute ein wenig action gehabt calvin der sammelt stöcke ich bin begeistert und ich versuche mich hier ein wenig an meiner brücke ja so wir sind auch schon so ziemlich an der mittelinsel angekommen das ist eigentlich gar nicht so schlecht muss ich sagen und ja wir kriegen das schon irgendwann hin so in 20 jahren wenn ich auf rente bin oder sowas okay wir werden sehen meine lieben vielen vielen dank und bis zur nächsten folge bei bei und bis zur nächsten folge bei 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 Untertitelung des ZDF, 2020